Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du's von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir's einfach. Gut, einfach. Es wär viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt. Aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt kommt schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er… Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünsch dir nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, na ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan. Ja. Okay. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Hm. Pass auf. Ich pass auf. Ich, äh, daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ha. Gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Ah. 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 Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Ah. 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 Mach das mal mal an. Zum Schluss. Can I have that? Okay. Okay. beim ersten mal schon gut niemand mag angeber da kannst du runterklettern und hier rüberkommen in der die okay Okay, wir können. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Müsste halten. Okay, komm runter. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst hab? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Wie ärgerlich. Ich hab Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeig ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank, oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Das ist nichts zum Hochglättern. Das ist nichts zum Hochglättern. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Okay. Danke. Okay. Nathan? Nathan? Was? Oh, er. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ja. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja. Was das angeht. Was... was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben's aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? Zehn. Fünfzehn Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeuge. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, ähm... Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Leute, ihr benehmt euch, als werdet ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden her? Lüftungssystem. Strom. Das hier, da oben. Wir klettern einfach da rauf, kappen das Licht... ...und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusate, Signore. Antipasti? Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich geh zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschenlieb. Du gehst nach unten und bellst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Okay. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles immer. Nein. Nein, nein. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Kuhs. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schiefläuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Ja. Ich dachte, man war super. Zum Weinkäller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie in dummen europäischen Tech-Kunde. Excuse me. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard, hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Oh, willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Gut. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das seh ich. Ich hab's noch gar nicht versucht. 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 Okay. Ich hab's noch gar nicht versucht. Na gut. Versuchen wir's nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schiefgehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wieder zu sehen. Und dieses Mal hab ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühl mich hier so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte grad zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja. Scotch. Mit nem Eiswürfel. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Ähm, Coastline? Shawline. Ja. Auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen. Zum Glück scheinen sie nicht nachtragend zu sein. Ich wär dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du, äh, krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Mischst. Neugierig ist es? Mischst. Ist ihr ein kassierer da drin? Nein, nur schwer, wir waffenen der Schreiber. Was zum Enkel ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Da oben sind Lüftungsschichte. Nathan, schau dir das mal an. Na bitte. Das wär der Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Hilfe. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer, weil man wegrennen muss. Oh, Mann. Die Dämpfen hier drin, werd ich ganz benebelt. Wie gut das Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänger. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich hab schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem ausreden. Na, geht doch. Hier entlang. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum Draufklettern. Hier, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halt das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Ich habe das Feuerzeug. Und Schlauweger. Sch, 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 verdammt. Was wir bringen, das mit dem Wollner-Hydern-Hydler-Hydler? Das Kopf hat auch noch meine Größe. Das Panik mit dem Wollner-Hydler-Hydler-Hydler-Hydler. Das Radik mit dem Wollner-Hydler-Hydler. Das ist das Feuerzeug. Das ist das Feuerzeug. Das war's für heute. Missed. Okay. Pssst, Seba, pssst. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helf dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helf dir hoch und du kümmerst dich... Okay. Hast du's? Vorsicht, vorsicht. Buena sera. Ma, que sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäscher aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja. Nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Herrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wen Italien sind. Kapiert. Okay. Wir zurück in den Baustellen. Ist noch hoch. Gut los. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Müsste. Oh, Mist. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Oh, wie? Tod raus? Oh nein. Eher im Ruhestand. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? Zehn Jahre? Zwölf? Fünfzehn. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zonken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner? Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Das nenne ich mal ein Power-Do. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein interessiertes Holz-Kruzifix aus dem Korb nachlassen. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Ray? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann. Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem Scheiß-Leichensack. Na. Du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Das war's. Ja. 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 So, Sie? Und wir haben nicht genug, wenn wir auch die Elektrizierung machen können, dann können wir nicht sagen. Das ist es. Oh, ich hoffe, dass wir uns nicht mehr ändern, was heute Abend. Ich denke, für heute Abend kann es... Oh, was denn? Pronto? Ah, bitte. Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Was? Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld hab ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut, wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Geruch? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Verzau mir. Zum Ersten. Zum Zweiten. Was soll's? Bene. 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Keine Sorge. Du bist im Nu da raus. Na, das hoffe ich. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000 Euro. Wir sind jetzt bei 140.000 Euro. Nichts. Verdammt. Ihr Gebot, Signore, bringt uns auf 140.000 Euro. Muss doch was sein. Komm schon. Hey Mann, ich klicke hier langsam zu viel. Ja, einen Moment. Das aktuelle Gebot steht bei 160.000 Euro. Signore bietet 170.000 Euro. Geschafft. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Viktor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 190.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Ah, grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Viktor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten. Zum Zweiten. Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg. Weg da, aus dem Weg. Haltet ihn. Hey, haltet den Kerl auf. Was tun Sie denn? Sie lassen ihn hin kommen. Sprechen Sie. Sparisch. Gut. Genau. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020